Ja Leute, 14 Gutscheincodes, die habe ich euch bereits jetzt hier schon auf meinem YouTube-Kanal gezeigt für AFK Journey und das Ganze nimmt tatsächlich kein Ende, denn am heutigen Tag, hier am 31.03., übrigens frohe Ostern an alle, die das feiern, sind vier weitere Gutscheincodes erschienen und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das heißt, wir gehen wie gewohnt auf die Einstellungen, auf Sonstiges und auf den Punkt Aktionscode und geben schon mal direkt den ersten ein und zwar lautet dieser AFK Journey Josh Dup, irgendwie sowas, wir haben 100 weitere Diamanten und 18.000 Gold. Dann würde ich sagen, springen wir schon mal direkt rüber zu dem zweiten Gutscheincode, hier erwartet uns auf jeden Fall ein bisschen mehr und zwar AFK Journey Jianhao, irgendwie sowas. Hier sind es 200 Diamanten und 20.000 Gold, dann schauen wir uns nochmal den dritten der vier Gutscheincodes an und zwar lautet dieser AFK Journey VG und hier sind es nochmals 200 weitere Diamanten und 20.000 Gold und dann kommen wir zu dem letzten Gutscheincode und zwar lautet dieser AFK Journey LGIO, irgendwie sowas, ich glaube ich hatte da gerade vorher eine Null eingegeben, deswegen war es gerade falsch angezeigt, ich habe es nochmal geändert. Also auch hier nochmals 200 Diamanten und 20.000 Gold, also haben wir somit insgesamt 700 Diamanten und nochmal ein bisschen was an Gold erhalten, nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit, ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte, falls ja, lasst natürlich gerne kostenloses Abo da und dann sehen wir uns in einem der nächsten AFK Journey Videos von mir, macht's bis dort hin auf jeden Fall gut Leute und ciao.